Also ich sag das jetzt mal so, wenn jemand sich nochmal einen, wie heißen die Dinger, die neuen Accounts, die kleinen Smurf machen will, dann muss ich auf jeden Fall Wurstzange nehmen. Ja, okay, gut. Dass wir das geklärt haben. Weil? Warum nicht? Was? Wenn du eine Wurstzange, wenn dein Account Wurstzange hast, kannst du einfach jedes Spiel drehen. Das ist ja Wurst. Das ist der Moment, wo man eigentlich durchs Mikro greifen will, aus dem Kopf heraus, einfach schälle ins Gesicht und dann wieder gehen. Ja, ich möchte mal anmerken, dass wir alle elektrisch unterweich haben. Stimmt. Unser Team ist halt einfach ballern. Wir haben alles rein. So. Dürfte. Resets. Wir haben noch einen Kuh auf die Luchse getroffen. Oh, oh. Gib mir das. Gib mir das sweet Quadra-Kill. Das ist nicht so, wie der eins von denen spielt. Und heil. Okay, das ist das. Wow, es ist nicht linkt. Es ist Reset-Time. Nein, ich kann zwar keine, äh, Ich hab' die falschen getroffen. Lucky Anoli. Das war schon fancy. Useless super fancy. Oh, hallo. Ich hab' doch gesagt, du bist da ein bisschen. Bye-bye. Das ist nicht so, wenn du da reinkommst, so. Oh, fuck, da ist gar niemand mehr. Musst du jetzt den Chat hochscrollen, skopieren und einfügen. Ernsthaft? Ernsthaft? So schnell ist die Meme in LOL angekommen. Scheiß Fortnite-Meme. Was soll das sein? Ich bin nicht umstand. Kann mich jemand aufklären? Ninja. Sagt dir das was? Der soll mir was, ja. Das soll mir dem sein. So. Der hat angeblich Ligma. Und was soll das sein? Wenn du dir fragst, was Ligma ist. Ja, Ligma ist Ligma Balls. Das ist eine Joke-Krankheit. Die man ihm angeblich nachgesagt hat. Ligma Balls. Das ist ein Dick-Joke. Basically. Wow. Und der wird halt einfach zugespampt von dem, von diesem Ligma Balls Shit. Nachdem Leute verbreitet haben, er hätte doch Ligma. Ja. Ah, ja. Ich muss allerdings sagen, wir haben das Fortune-Skin und der Club-Name passt gut zusammen. Exakt. Not safe for work? Das auch. Das war jetzt ekelhaft. Das ist der Moment, in dem ich reinflashe, da einfach ein Mumu-Ultimer kommt. Hast du gerade... Ja, 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 ja. Ich sag ja, die Mox sind super. Not today, bitch. Ich hab ihn geknettet. Mal ein bisschen Schaden machen. Ja, 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 ja. Schade. Ich hab ihn mitgenommen. Ich hab ihn mitgenommen. Das bringt dir ja nix. Das ist so. War er gerade etwas? Ich meine, ich hätte auch Schuhe kaufen können, aber... schuhe ich hatte etwas gehört und hafts auf k zu sein am schalte zination vermutlich war schon wieder das ist dingens der lappen sich einfach nicht geschissen kriegt sein video leisten zu stellen dass wir es nicht hören ach so er weg machen dieses schild da ich warte nur darauf dass der jetzt gleich und ich dann über die drücken darf ich finde es übrigens überwitzig dass meine passive mit apis geld ich habe mich ja pretty much gerade noch mit der passive umgebracht was ein schönes spiel und wirklich ich hatte spaß ich sag ja na minina fickt euch alle klingt wie so ein schlechter und ich bin mir zwar nicht sicher ob ich viel gemacht habe aber ich glaube es war auch nicht immer so schlecht ja ich zählten als für nee da ist kein fahrer ist noch ich weiß auch nicht wie du mit monika irgendwas machen willst ich meine kommen du kommst nicht ran das 0 cc und du hast so klank du bist da bei jedem kack stehen was bei deiner ehe stehe der spell macht nichts ich mag mal der kaiser nicht den doch gib mir den alten athrox werden kann ich wissen ob wir jetzt was spielen das muss neu gestartet werden legt mich am arsch spiel ich habe ja nicht mehr skill beweisen ich habe ja nicht mehr skill beweisen ich habe ja nicht mehr für mich deutsch reden immer noch nicht so 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 Vielen Dank.